ja hallo freunde und zwar möchte ich mich kurz vorstellen mein name ist marcel und ich möchte euch meinen channel hometown retro näher bringen warum hometown retro? ich bin auf hometown retro gekommen ganz einfach ich komme aus münchengladbach und möchte euch alles zeigen wenn ich zum flohmarkt fahre was so in 20 bis 30 kilometer umkreis hier zu holen gibt dazu möchte ich euch ein paar kleine unboxings zeigen wir haben ein kleines abo laufen bei der bei einem anbieter der jeden monat eine eine box raus schickt mit ein bisschen merchandise und so die teile ich mir mit einem guten kollegen von mir das möchte ich gerne zeigen als unboxing ich werde einmal im monat von strictly limited spiele bestellen oder das spiel bestellen was gerade von strictly limited da ist und ja werde euch dazu über die playstation 4 ich werde die spiele nur für die playstation 4 bestellen ein bisschen gameplay streamen und im großen und ganzen ich fand gerade erst an leute also ich möchte euch auf den weg mitnehmen meine sammlung zu vergrößern ihr seht das regal hier das ist das was ich bis jetzt habe mein besitz ist noch nicht die welt aber ich möchte euch auf den weg mitnehmen meine sammlung zu begleiten wie ich meine sammlung vergrößere ich nehme gerne tipps von euch entgegen was kann ich besser machen dazu kommt mein equipment ist natürlich auch ganz am anfang ich fange bei null an leute und ich will euch auf den weg mitnehmen equipment wird zurzeit mit kamera gefilmt das ist zurzeit meine sammlung hometown retro ich hoffe ihr habt spaß dabei auf mich auf den weg zu begleiten und ich würde sagen bis die tage leute